Wie auch immer die Geschichte meiner gedenkt, bevor ich Präsident wurde. Ich werde mich selbst immer als Jäger sehen. Meine Mutter wurde ermordet, als ich noch ein Kind war. Überall herrscht Dunkelheit, Mr. Lincoln. Ich kann Sie lehren, wie man Sie erkennt und wie man Sie vernichtet. Ich nenne Ihnen die Namen und Sie werden Sie töten. Es liegt an uns, dass es so bleibt. Eine Nation von Menschen. Und nicht Monstern. Wie fangen wir an? Uns steht ein Krieg bevor. Ich werde Sie alle töten. Nur die Lebenden können die Toten vernichten. Dieser Jäger ist ein Wahnsinniger. Es wird Zeit, dass wir eine eigene Nation werden. Ich nehme an, Sie wissen, was ich damit tun kann. Vielleicht hilft das gegen einen von uns. Aber gegen 20? Aber gegen 20? Nachmarket caeslas. Wie ffgas. Ran. Überall her. Ich komme an, Sie allons allerdings.